Hallo, ich bin Maren Lubrich und ich möchte dir gerne eine Variante zeigen, wie du für dich die Quantenheilung anwenden kannst. Am besten suchst du dir dafür einen Punkt, wo du ganz zur Ruhe kommst und einen Moment lang ungestört sein kannst. Um die Quantenheilung zu machen, denke jetzt an ein Thema, was dich gerade belastet. Es kann eine Situation sein, es kann eine körperliche Herausforderung sein, irgendetwas, was du gerade gelöst haben möchtest. Und ich empfehle dir beim allerersten Mal jetzt nicht gleich das riesige Fass aufzumachen. Nimm ein Thema, wo du schon merkst, dass du damit Stress hast, aber nicht das ganz große Fass. Okay, dann denk einmal an dieses Thema und lege eine deiner beiden Hände, ganz egal welche, auf deinen Oberkörper. Die andere Hand sucht sich nun einen Punkt, irgendwo den nennen wir den Lösungspunkt. Und spüre mal, wenn du mit deiner Hand in deinem Energiefeld tastest, irgendwo einen Punkt fühlst, an dem sie deine Hand hingezogen fühlt. Ganz spontan, vielleicht wird es dort warm, vielleicht fängt es dort an zu kribbeln, irgendeinen Punkt. Und wenn du den gefunden hast, ganz intuitiv, dann lässt du die Hand dort einen Moment lang ruhen. Jetzt ist es wichtig, nicht länger an dein Problem zu denken, sondern wirklich ausdrücklich nur deine beiden Hände zu beobachten. Zu spüren, ob du irgendwelche Wahrnehmungen hast. Und stelle dir vor, dass dieser Lösungspunkt den Zustand von dir enthält, der du wehrst ohne dein Problem. Also sozusagen der Urzustand, verbindest dich über diesen Punkt mit der Urmatrix. Es kann sein, dass du, wenn du diesen Punkt gefunden hast, und du ganz zur Ruhe kommst, du kannst, wenn du magst, dabei auf die Augen schließen, ein wenig ins Schwanken gerätst, daran merkst du, dass sozusagen die Lösung in dein Energiefeld integriert wurde. Du kannst auch nochmal weiter tasten. Wenn du noch einen weiteren Punkt spürst und denkst, am besten in Dankbarkeit daran, wie es wäre, wenn dieses Thema sich jetzt aufgelöst hätte und nun nicht länger eine Rolle in deinem Leben spielen würde. Versuch einmal ein Gefühl von Erleichterung, Dankbarkeit oder Freude zu erzeugen bei der Idee, dass dieses Thema jetzt weg ist. Oder du denkst einen Moment lang an etwas Schönes. Und wenn du diese Welle spürst, dass du so ein bisschen ins Schwanken gerätst, dann weißt du, dass die Welle von Energie, also die Welle der Lösung in dein Energiesystem integriert ist. Und das ist im Grunde schon alles. Es gibt noch eine andere Variante, wo du dich still zu einer Meditation für ein paar Minuten hinsetzen kannst. Auch diese gibt es von mir auf Video zu sehen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, probiere noch ein bisschen für dich rum. Wie gesagt, du suchst dir den Punkt, während du an das Thema denkst. Diese Hand speichert einfach das Problem. Du suchst irgendwo in deinem Energiefeld spontan einen Punkt, an dem sich deine Hand hingezogen fühlt. Diese Hand ist die Lösungshand und du denkst daran, wie du die Lösung integrierst in dein Energiefeld. Und möglicherweise nimmst du das auch irgendwie energetisch wahr. Wenn du die Augen schließt, kann es auch gut sein, dass du irgendwelche Farbwahrnehmungen oder Energiewahrnehmungen hast, insofern du visuell begabt bist. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und du kannst mir gerne über deine Erfahrungen per E-Mail berichten. info at tierkommunikation-rosengarten.de Alles Liebe, tschüss, deine Maren